jetzt kommen zu einem video hier auf dem kanal ich bin es wieder mit dabei alter co was für ein torwart die haben 59er noch schlechter als unsere also meine ja im der alten bronze torwart im tor das wollte ich kann nur mal so anmerken schade ich doch es klappt da habe ich nicht hingespielt junge piste ich mit euren schnellen spielern immer ja wir haben voll das langsame mittelfeld geh nicht raus in verteidiger es kommt sie mir in jo aber perfekt ja sicher vor ich habe bald gespielt vor perfekt der da muss ich mal wieder ein kompliment an ihr geben das sind beispielsweise dass ein ballspiel voll ist oh mein gott was ein geiles tor ciao felice ciao fisch ah nee ist kein spanier ist portugieser das ist ein thema ja perfekt ich habe selbst nicht gewusst ne oh digga da habe ich gar nicht hingehen ach schade 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 na na schade abstoß geh hinten so ja gut lagerung nach vorne alter oh man ey er hat sein bein dazwischen wie sieht das an der hat sein bein dazwischen sein drittes ja ok nee danke hab nicht hingepasst glaub ich auch nicht hingepasst gutes spiel ich habe meinen fehler wieder ausgebügelt oha digga was ne kombi schön gemacht janik karasko jara karasko das video gesperrt wird ich hasse mich ach leute und ja mal so nebenbei gerne abonnieren und liken falls euch das gefällt was hast du gesagt falls es euch gefällt schweiz schweiz dann wisst du wohl wer mit mir backen muss Julien, warum spielst du nicht? weil du grad eben mal Internet gelegt hast na, scheiße, Digger jetzt nicht mehr, dann scheiße Mann, Tor wie, Mann, Tor ah, Kante Kante hat mal wieder eine Tor geschossen Geh nicht Digga, ich hasse dieses Spiel ich hasse es unglaublich Wie viel Glück wie viel Glück, muss man es haben dass man ihn viermal zugespielt bekommt Schiri Foul? Der zieht mir am T-Shirt Digga, safe Jura, 4, 2, 3, 2, 3 Ach Digga Ach Digga Boots, Digga Ciao, Felice Ciao, Fisch Guck 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 Digga Fisch okay da war ein bisschen zu weit wer es fällt 20 meter länger dann hätte er den bekommen julian ich sag mal so du sollst schnell spielen ja aber verschafft ja auch mal eine übersicht über spiel bevor du spielst vor allen dingen hinten wenn du hinten raus spielst wenn du platz hast dann kannst du erst so ein bisschen überlegen weißt du dann brauchst nicht so schnell spielen jetzt hatten wir immer glück moment unser bruder unser land ja gut ging auch okay da haben wir unser neuen wolf er ist er dumm schieß schieß jawohl die gegen raus ganz kurze lobby runde das war würde ich mal sagen kurzes video ja also ja was soll man dazu noch sagen wenn die rausgehen weil sie zu schlecht sind dinge einfach zu schlecht einfach zu bad für dieses spiel einfach zu bad für fifa ja dann würde ich sagen das war es auch von diesem video auch wenn es jetzt noch nicht mal eine halbzeit in fifa ging und ja julian hast du noch was zu sagen auf wiedersehen ja leute das sage ich auch bis dahin haut rein und dann Apparently Amein